Guten Tag liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Nico Kutzner und ich bin in Lauenburg am Ascania Blick und habe einen neuen Empfangstest für euch. Ihr dürft gespannt sein. Es geht jetzt hinauf auf den Schlossturm. Hier oben bin ich nun angekommen und ich werde euch jetzt einen schönen DAB Plus Empfangscan von hier oben präsentieren. Seid doch mal gespannt, was sich hier oben so locken kann über DAB Plus. Unser Sendersuglauf beginnt. 13 Sender wurden bisher gefunden. Das ist jetzt nicht so viel. 24 Sender die Auswahl steigt. Auf jeden Fall erwarten wir Sender aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Mal sehen, was die Erwartung bringt. 40 48, 64 Und nun schalten wir auch direkt mal rein. 5 Stunden sogar am Freitag und auch kein Regen mehr, bei 7 bis 10 Grad. Antenne Süd, wo die fetten Rocky-Tachen ein... Vor der Parlamentswahl am 28. April verletzt werde. Ihre eigene Version. Und das, was hier jetzt schon ist... ERF Pop FFN Hamburg 2 Hamburger Lokalradio Radio Horeb Klassik Radio MDR Kultur 9 Magdeburg 11 Grad Neuhaus Am Lennweg 4 Urschatz 9 Plauen 8 Wernigerode 10 Wittenberg bedeckt bei 11 Grad Lulu FM MDR Sachsen-Anhalt Wetter Stendal Da haben wir 12 Grad Magdeburg 12 Zeits 9 Grad Ein durch Neuerfeierabend Also vom Wetter Regionen Halle meldet 12 Grad 6 Grad MDR Klassik MDR Sachsen-Anhalt zwischen 8 und 5 Megaradio MDR 1 Niedersachsen Ändert sich, der wandelt sich Vor allem in den Privatsendern Antenne hat etwas zugelegt FFN hat etwas zugelegt Die haben auch ihr Programm Sehr stark geändert Und in diesem Veränder NDR 2 Hamburg NDR 2 Niedersachsen NDR 90,3 haben wir NDR Blue NDR Info Hamburg NDR Info Niedersachsen NDR Kultur NDR Club NDR Info Spezial Enjoy Radio Paradiso Peliwon Radio Hamburg Radio Big 2 Rockantenne RSH Schlagerparadies MDR Schlagerwelt Schwarzweit Radio, MDR Sputnik, Sunshine Live, Tiger Radio, MDR Twins, 80s 80s, 997xFM, Absolut Relax, MDR Aktuell, Antenne Sölt. All die Proteste haben nichts genützt, schade. Aber vielleicht kann man das hier als kleine Vorlage nehmen, um eine bestimmte Partei vielleicht nicht zu wählen. Welche Sender unten ankommt, das präsentiere ich euch jetzt. Jetzt erstmal mehr Infos zur Lage. Lauenburg im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt in Schleswig-Holstein an der Elbe im Dreiländereck Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, etwa 40 km südöstlich von Hamburg. Der NDR Hamburg-Mux wird auf Kanal 7a vom Senderstandort Hamburg-Moor-Fleet mit 4 kW und vom Heinrich-Herzturm mit 1 kW abgestrahlt. Der Hamburg-Mux mit Privatsendern wird mit 4 kW auf Kanal 11c vom Heinrich-Herzturm abgestrahlt. Der RBB-Mux auf Kanal 10b wird mit 10 kW vom Sendemast Pritzweig abgestrahlt. Das liegt in Brandenburg. Der NDR-Mux aus Niedersachsen wird mit 16 kW auf Kanal 11b vom Drachenberg, das liegt bei Braunschweig, abgestrahlt. Und der MDR-Mux wird auf Kanal 6b mit 9 kW aus D-Quede, das liegt in Sachsen-Anhalt abgestrahlt. Diese Senderstandorte konnte ich dort empfangen. Schöne Grüße von der Elbe. Jetzt zeige ich mal, welche Sender hier unten gehen. Radio Hamburg. Radio 1 geht hier. RBB 88.8. Wir haben die Schlagerwelt, MDR, Tide, MDR Twins. RBB 8 mit Chris. Mit Chris? Mit Betten heute. Mit Chris und Ben, ja. Sehr schön, dass du da bist, Mensch, aber man könnte denken, du machst das beruflich. Hoffentlich irgendwann mal, ja. Ja, also ich fand es... Antenne, Brandenburg, Antenne Sylt, Bob, Cosmo, Energie, FFN, Fritz, Direkt neben Hamburg 2. MDR KULTUR, Direkt daneben haben wir das KULTURRADIO, MDR Sachsen-Anhalt, auch mit Regionalversion. MDR Schirm, MDR Klassik, WIDA, MDR Sachsen-Anhalt, eine Regionalversion, ebenfalls, MEGA RADIO, NDR 1 Niedersachsen, FD, Mecklenburg-Vorpommern, geht hier unten auch am jetzigen Standort schwierig. NDR 2 Hamburg, NDR 2 Niedersachsen, NDR 90,3, Blue, NDR KULTUR, NDR Plus, Enjoy, Paradiso, Tele1, Radio 1, auch mit Regionalversion. Ziemlich viel, was hier alles so zu empfangen ist. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Vielleicht probiert ihr hier ja auch mal einen Empfangsscan zu machen. Bis zum nächsten Mal, euer Niko Kutzner. Ja. Boah. Boah. Habお願いします. Boah, Everybody Das-I это ist. Ei, ich stim muss. Ich be veterans aus cliffhä tremend auf. Ich hatte einen Geraden hat und ihre Kritik hoch Cube inzahl Frage. Wie raus auf. Wenn meine sehr in meine ganzen Menschen stattgef weren't für spiel, ich versuche darüber, auf wenig ein bisschen. Kanaba war bei der Lieter вас auf dem Technologies.